Ich weiß nicht, ob ihr diesen Glitchon kannet, ihr könnt mit diesem Auto einfach viel schneller fahren als normalerweise. Das ist der normale Speed auf dem Gras, Leute. Ja, das ist schon relativ schnell, okay. Zack, das ist okay, ist okay. Benutzt auf Ehre meinen Creator Code Seville im Item Shop. Aber jetzt zeige ich euch, wie ihr viel schneller sein könnt auf dem Gras oder auf der Erde. Und zwar drückt ihr alle zwei Sekunden die Handbremse und ich zeige es euch mal. So, zack, nochmal. Und wir sind schon bei 50, 60 und instant bei 70 kmh waren wir kurz, Leute. Das schafft ihr normalerweise nie. Ich zeige es euch nochmal als Beweis. So, wir fahren jetzt die gleiche Strecke nochmal hier runter, Leute. Und wir hatten gerade 70 kmh. So, ich drücke jetzt die ganze Zeit durch und ihr seht, das Auto ist so extrem langsam. Und mit diesem Glitch könnt ihr viel, viel schneller dieses Auto fahren.